Norddeutscher Rundfunk 2021 Stopp! Philipp! Also, du ziehst jetzt ein bisschen. Ja, ein ganz sauber. Fast bis drüber zu sein, muss ich noch mal noch schaffen. Ich brauche jetzt mal Geld, dass wir mal auf einen gescheiten, einigermaßen gescheiten Fuhrpark kommen. Das geht nicht. Du musst auch mal ein Tal durchstellen. Du bist nur im Tal. Ich will aber auch nicht warten bis 40. Das sagt er gleich. Dieses Jahr muss wirklich an den Grundbaustand gesetzt werden. Dieses Jahr. Das tut immer wie, wenn ich ihm alles wegnehmen will oder so. Was? Ah, der Vater. Ich will doch auch noch ein Bestes. Du kannst ja auch aufhören. Das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste. Also, den Hofumdrehen streue ich dir auf jeden Fall zu. Wenn du nebenher noch schaffen willst, dann weiss ich nicht, wie das ansteht. Es ist einen kleinen Dickkopf durchgesetzt. Und nie wieder hintergegangen. Bis in zwei Monaten muss das Ding gerichtet sein, weil dann kommen sie. Ja. Und wenn es dann nicht gerichtet ist, noch gute Nacht um 6 Uhr. Ich sage immer, die endlich das beste Tiere zum Beispiel. Die können fliegen, schwimmen, tauchen und laufen. Die können alles. Aber halt auch nicht so wirklich gut. Also, ich denke nicht wieder rein. Kannst du die Kinder? Ah, ich denke wieder rumbringen. Ich mache es jetzt, glaube ich, echt im Alleingang. Und sage, scheiß auf die Welt. Ich habe meine Idee. So wie Frank Sinatra, sie sagt, I do it my way. Auf meine Weise. Fertig.